Herzlich willkommen in Georgien, im großen Kaukasus, in der Bergregion Hrefsorezien. Ich bin Hans-Henner Buhr von Kaukasusreisen und begrüße Sie herzlich mit diesen kleinen Impressionen von unserer Reise Bergwelt Hrefsorezien, die wir ein- bis zweimal im Jahr in den Bergen von Hrefsorezien durchführen. Wir befinden uns hier etwa zwei Stunden entfernt von Juta, dem Dorf, von dem wir starten. Die nächste Station morgen wird Achorti sein, über den Pass, Achorti Pass, von ca. 3200 Metern. Da werden wir uns dort zwei Tage in einer abgeschiedenen Natur- und Bergwildnis erholen, um danach in ein anderes sehr schönes Dorf zu wandern, nach Roschka, über den Roschka Pass. Und im weiteren Verlauf geht die Reise weiter nach Schatili, Muzo, Arduti und über Barisaro zurück nach Tbilisi. Ich würde mich freuen, Sie vielleicht im nächsten Jahr begrüßt zu können auf dieser schönen Reise. Und ich glaube, ich bin mir sicher, Sie werden diese Natur genauso genießen wie wir. Auf Wiedersehen, Hans-Henner Buhr von Kaukasusreisen aus Georgien.